So, heute noch mal ein bisschen trainieren, dann willst du mir morgen das Spiel packen, ne? Ja, man, ich schlage die. So, Digga, Sie haben vorhin ein starkes Training, komm gut nach Hause, tu auch bis morgen. So, ich bin jetzt hier. So, ich bin jetzt hier. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Wissen Sie, wo Sie sind? Nein. Sie sind in der Helios Klinik in Hemmschett. Sie hatten einen Motorradunfall. Sie hatten eine Kollision. Um genauer zu sein, hatten Sie eine Kollision mit einem anderen Motorradfahrer. Und ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Und es sieht so aus, als würden wir nicht drum herum kommen, Ihnen den Arm zuhören. Und es sieht so aus, als würden wir nicht drum herum kommen, Ihnen den Arm zuhören. Und es sieht so aus, als würden wir nicht drum herum kommen, Ihnen den Arm zuhören. Ja, ich bin ja schon wieder antrainiert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020